Wenn du endlich erfolgreicher Trader werden und möchtest Gold-Trading, dann bist du heute hier genau richtig, denn ich zeig dir hier komplett meine ganzen Trades der ganzen Woche. Wir haben es diese Woche auch wieder geschafft, hier unsere 1000 Dollar zu erreichen. Das soll natürlich nicht hier dauerhaft das Ziel sein. Diese Woche war wieder phänomenal hier, keinen einzigen Loss, ein Break-Even-Trade, aber ansonsten sah das Ganze hier sehr, sehr gut aus. Das heißt, mit unserem kleinen Account hier, wenn wir uns die ganze Historie anschauen, sind wir jetzt hier bei 2000 Dollar plus. Und hier oben seht ihr natürlich, dass das Ganze hier ein Live-Account ist. Das heißt, diese ganzen Trades werden wir in diesem Video hier komplett durchgehen, komplett besprechen. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo, um sowas hier in Zukunft nicht zu verpassen. Und bevor wir das Video starten, wir haben nur noch heute, nur noch heute hier unsere Black Friday Week. In dieser Woche könnt ihr 25% sparen bei unserer VIP. Wir sind dort jetzt auch schon über 80 Leute. Danke für euren Support. Also mega geil, wie viele Leute einfach dazugekommen sind. Das heißt, ihr könnt das Ganze natürlich sehr gerne nutzen. Geht ihr einfach auf den Link und dann schaut ihr hier unten bei Ein-Monats-Access. Das ist wirklich nur für einen Monat. Ihr werdet dann automatisch wieder entfernt, wenn dieser Monat vorbei ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da Lust drauf habt. Kommt gerne vorbei, lest euch das Ganze hier nochmal entspannt durch. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon mit dem Video. Also wir schauen uns heute mal meinen Trade von heute Morgen an. Ich habe Gold natürlich wieder getradet. Eigentlich würdet ihr jetzt denken, ja, er sagt wieder 7 Uhr. Nee, wir haben jetzt ein bisschen Zeitumstellung. Also müssen wir leider schon um 6 Uhr gucken. Das heißt 6 Uhr, da hat die neue 4-Stunden-Kerze hier gestartet. Also gehen wir mal 6 Uhr rein und gucken uns das Ganze mal an. Wichtig ist jetzt auch mal das allgemeine Bild sich anzuschauen. Wenn wir hier mal gucken, sehen wir hier oben so ein ganz großes Loch. Das ist quasi so ein Gap. Das ist ganz wichtig, dass wir das uns mit einzeichnen, weil die Chance, dass er das füllt in den nächsten Session, das kommt aus der Asia-Session, sind wir hier extrem unten gestartet. Dadurch ist hier so ein Gap entstanden. Natürlich wurde es hier kurz ein bisschen angetestet, ein bisschen ankorrigiert, sag ich mal sozusagen. Aber dann ging es hier nochmal extrem nach unten. Das heißt, die Chance ist sehr groß, dass wenn wir hier ein vernünftiges Setup erwischen, dass wir von hier unten da oben rein traden können. Also, wie kann man das Ganze traden? Neue 4-Stunden-Kerze startet um 6 Uhr. Also, wie viel Uhr haben wir? Oh, wir haben 6 Uhr. Dann schauen wir mal. 6 Uhr, wir brauchen natürlich ein Wig nach unten. So, und wenn ihr hier schon mal seht, das ist quasi eigentlich schon das Wig nach unten. Also Wig nach unten von dieser 4-Stunden-Kerze haben wir hier in dem Bereich. Wir haben natürlich auch eine Trendlinie in diesem Bereich. Liquidität, würde ich sagen, ist eigentlich schon raus. Warum? Weil der ganze Chart hier ja schon so extrem nach unten gekommen ist, dass unterhalb eigentlich gar nicht so viel Liquidität zu holen ist, höchstens oberhalb. So würde ich das Ganze sehen, weil natürlich der Chart ist short-orientiert gewesen heute Morgen. Also sucht man natürlich dann die Liquidität auf der Oberseite und nicht unten. So, das heißt, man guckt einfach mal, wie sich der Chart entwickelt. So, ich bin jetzt hier im 5-Minuten-Chart und das hier, die grauen Boxen, sind halt wieder meine 4-Stunden-Bereiche. Und ihr seht hier oben in diesem Bereich, da sind wir jetzt schon drüber gebrochen. Das heißt, hier hätten wir jetzt auch einfach sagen können, jo, hier gehen wir jetzt einfach in den Trade rein. Also hier in dem Bereich hätten wir jetzt einen Orderblock, der jetzt definitiv durchbrochen wurde. So, jetzt kann man da natürlich noch abwarten und gucken, ob der Chart nochmal nach unten kommt oder nicht. Ihr seht, hier ist er komplett nach oben hin durchgepusht. Wo habe ich jetzt hier meinen Einstieg gesucht? Weil jetzt sagt ihr natürlich, ja, wo soll ich denn jetzt hier reingehen? Das ist ja alles hier nicht so ein schönes Setup. Wenn man sich jetzt hier zur linken Seite mal den Orderblock vernünftig eingezeichnet hätte, so wie ich es halt auch heute Morgen gemacht habe, dann seht ihr, dass das Ganze hier durchgebrochen ist. Dann kann ich ein bisschen größer einzeichnen, kleiner, wie auch immer. Wichtig ist, dass man oben auch mal dieses Wig hier mitnimmt. Und wir sehen, hier hatten wir diesen Break und da hatten wir so einen kleinen Retest hier. Und auf diese Kerze habe ich quasi gewartet, dass das Ganze hier nochmal runter, ja, ein Wig bildet und dann weiter long geht. Warum jetzt gerade hier und nicht weiter unten, das kann ich euch auch sagen. Lasst mal kurz schauen. Hier könnten wir jetzt long gehen oder ich bin da drüber long gegangen, einfach über dieser Kerze und habe meinen Stop-Loss einfach hier unter den 4-Stunden-Bereich gepackt beziehungsweise unter das Low kann man das natürlich auch packen. Muss man natürlich gucken, wie man es macht. Aber die Chance besteht natürlich, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer unten reinkommen und dann erst long gehen. Das ist ja klar. Aber generell, warum jetzt genau dieser Bereich? Warum genau diese Kerze hier um 6.40 Uhr? Um 6.40 Uhr genau aus dem Grund, weil eine neue 30-Minuten-Kerze ein Wig nach unten gemacht hat. Also 6.40 Uhr, die letzte 30-Minuten-Kerze läuft schon 10 Minuten. Also die letzten beiden Kerzen hier sind die 30-Minuten-Kerze quasi. Natürlich hat es auch ein Wig nach oben gebildet, aber ich habe hier gesehen, dass das Ganze hier diesen Block nochmal einmal angetestet hat und ist von da aus weiter long gegangen. Also bin ich über diese Kerze dann einfach long gegangen und habe gesagt, ja, passt schon. Jetzt sagt ihr, ja, hier drüber ist aber 4-Stunden-Bereich. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das ist natürlich ein Widerstands-Bereich. Ja, da habt ihr recht. Aber ich bin ja davon ausgegangen, einfach, das war jetzt diese Analyse dahinter, dass hier oben dieses Gap gefüllt wird, weil ich das aus Vergangenheit einfach kenne, wenn sich so ein Gap, ja, wenn sich das erzeugt, dass es wenigstens einmal gefüllt wird. Also sah mein Trade heute tatsächlich so aus, dass das Ganze hier oben reingegangen ist. Dann hat es nochmal ein bisschen korrigiert und irgendwann, ja, ist das Ganze da oben wieder seitwärts gelaufen. Und ihr seht, es hat sich heute quasi den ganzen Tag dort in dem Bereich aufgehalten und danach kam es hier nochmal ordentlich nach unten. Und im Endeffekt hat es jetzt hier die Leute rausgeholt, die halt hier zum Beispiel Long-Trades offen hatten, also die Liquidität hier unten rausgeholt. Also ich habe quasi nur kurz diese Bewegung mitgenommen, mitgetradet hier von hier nach oben, zack, hier einfach kurz diesen Trade mitgenommen und das war's. Das war's eigentlich schon. Also mehr braucht man da eigentlich gar nicht zu sagen. Wir hatten einfach hier einen Breaker-Block. Wir hatten einen Break-off-Structure Richtung Long, ne? Also hier oben natürlich, drüber einen Break-off-Structure, easy, zack, so. Und dann kam das Ganze hier mit dem Retest da nochmal rein. Und dann geht man einfach über diese Kerze dort oben in den Trade und lässt das Ganze laufen. So, Leute, wir besprechen jetzt hier einmal meinen Trade von heute Morgen. Ich hätte heute ganz viele Trades machen können. Die können wir auch gleich nochmal ganz schnell, ja, auf die Schnelle einmal durchgehen. Das bringt nicht das alles hier komplett jetzt einmal zu besprechen. Aber generell, wie trade ich das Ganze? Wieder 7 Uhr, beziehungsweise normalerweise 7 Uhr. Jetzt haben wir gerade Zeitumstellung, also müssen wir zur 6 Uhr Kerze hingehen. So, 6 Uhr Kerze können wir mal kurz reinschauen hier, wie das Ganze hier aussieht. Chart momentan, ja, am All-Time-High. Wenn wir mal rauszoomen, ja, wir sind ganz oben. Also, wenig riskieren. Bitte nicht übertreiben bei solchen Bereichen. Das ist immer schon mal ganz wichtig zu wissen. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass hier jedes Mal ein neues All-Time-High gebildet wird. Also, wie können wir das Ganze traden? Der ganze Markt oder die Morgensession ging dann hier jetzt hier nach oben. Also, Asia war erst hoch und dann runter. Und das heißt, jetzt sind wir so quasi in der Mitte. Ist jetzt nicht so die beste Voraussetzung. Aber wir könnten halt das Ganze von dem Orderblock hier unten aus weiter long traden. Weil wir sind halt nun mal am All-Time-High. Macht also, ja, nicht so viel Sinn. Oder die Chance ist schon gering, dass wir beim Short dann jetzt genau richtig liegen. Deswegen bei Short auch beim All-Time-High immer ein bisschen vorsichtig. Weil wir sind nicht ohne Grund am All-Time-High, also ganz oben, am Allzeithoch, sind wir ja nicht ohne Grund. Also, immer ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Bereichen. Man kann das Ganze natürlich sagen, wow, ich will das Ganze hier runter shorten. Aber wie machen wir das? Sechs Uhr Kerze, wir brauchen ein Wig in eine Richtung. Aber jetzt gucken wir mal, was der Chart gemacht hat. Der ging erst mal Richtung Long. Und man sieht, okay, er hat das Wig Richtung Long geformt, also nach oben. Das heißt, wenn er das Wig nach oben formt, dann kann man quasi danach den Candle Flip und dann Richtung Short traden. Aus dem großen Timeframe betrachtet. Ich habe das Ganze aber nicht so getradet, weil ich halt bullish bin, wenn das Ganze so weit oben ist. Aber theoretisch hätte man das Ganze von hier, ihr seht, nicht ohne Grund kann man das Ganze so traden, nach unten hin hier shorten können. Das heißt, hier runter, runter, runter. Nach der Preis-Action muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wie man das Ganze tradet. Da darf man jetzt nicht einfach so in den Trade reinspringen. Was sehen wir denn allgemein hier? Der Chart natürlich nach oben gegangen. Ein richtiges Break of Structure haben wir aber in dem Bereich nicht. Also wir haben hier zwar eins, aber ich hätte halt lieber gerne eins gehabt, oder das ist so das A++-Setup, wenn wir hier oben dieses hochgebrochen hätten. Haben wir aber nicht. Wir haben nur das hochgebrochen. Der Vorteil ist aber, man erkennt an der Struktur eigentlich, wohin es gehen soll, weil das nächste Hoch wurde auch gebrochen. Also so erkennt man ja eine Struktur. Das Ganze geht halt einfach nach oben, so easy going. Also worauf warten wir? Das geht nach unten. Jetzt könnte man sagen, ja, hier ist aber auch wieder Change of Character, bla bla bla. Ja, weiß ich. Brauchen wir aber auch alles für unser Trading. So, was kann man also noch machen? Man kann gucken, okay, haben wir hier irgendwo jetzt einen Orderblock, wo wir denn jetzt den Retest dann traden können. Das heißt, hier unten einmal eingezeichnet, zack, in dem Bereich, so hätten wir einen Orderblock, wo er jetzt theoretisch wieder reinlaufen könnte. Wir haben noch dazu hier eine Imbalance in dem Bereich, also da oder Fair Value Gap. Je nachdem, wie ihr euch das Ganze mal einzeichnet, natürlich. Hier ist auch ein Fair Value Gap dazwischen. Ich zeichne jetzt nicht immer alles ein. Ich sehe das halt mittlerweile alles, aber generell, ja, klar, hier ist auch ein Fair Value Gap. So, die gibt es aber überall in Charts. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. So, aber was hat der Chart denn jetzt gemacht? Kam er da unten nochmal rein? Yes, er kam dort unten rein. Und jetzt warten wir natürlich auf eine bullische Bewegung. So, die ersten Kerzen hier haben erstmal gar nichts gemacht. So, die nächste Kerze hier. Okay, sieht sehr bullisch aus. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hier kann man jetzt also einen Long Trade öffnen. Hier könnte man theoretisch drüber gehen und sagen, okay, wenn wir da drüber kommen, dann möchte ich das Ganze bis nach hier oben hin komplett durchtraden. Stop-Loss könnte man jetzt sagen, hier drunter. Jetzt ist aber das Problem, die Liquidität ist noch nicht draußen. Linke Seite, wenn wir mal rüberschauen. Hier, Liquidity ist noch nicht draußen. Das ist unser Problem, was wir hier momentan haben. Also ist jetzt nicht so das 100% Setup. Wo müssen wir also unser Stop-Loss hinpacken? Naja, um auf die Nummer sicher zu sein, einfach hier nach ganz unten unter diesen 4-Stunden-Bereich. Weil der Chart könnte jetzt auch, wenn wir darüber reingehen, haben wir ja noch nicht diese Trendlinie hier durchbrochen. Also die ist ja noch nicht durchbrochen. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehen einfach über diese Kerze jetzt da oben irgendwo rein in den Trade, dann haben wir die Trendlinie halt noch nicht durchbrochen. Wir haben eigentlich noch gar keine Bewegung Richtung Long. Wir haben nur eine Kerze, die uns bullisches Movement anzeigt. Aber ihr seht davor, da kann auch mal ganz schnell eine rote Kerze kommen. Also es geht relativ schnell. Dann können wir natürlich noch unseren Indikator mit dazu nehmen, also den TSA TDI. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ganz unten als Favorit einfach markieren und dann könnt ihr den komplett nutzen. So, wenn wir uns den angucken, ja, ist langsam Obersold hier unten in dem Bereich, kann man sagen, ja, könnten wir mitnehmen. Ist halt auch so, ja, eine bullische Divergenz haben wir da jetzt noch nicht. Aber er könnte theoretisch noch tiefer kommen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. 15-Minuten-Chart, wenn wir da mal kurz reingucken, wie es in 15 Minuten hier aussieht. Er sieht jetzt auch noch nicht so aus, dass wir sagen, wir wollen jetzt unbedingt in den Trade rein. Aber muss ja auch nicht. Der Indikator ist nur eine Zusatzbestätigung. Was wir aber hier zur linken Seite sehen, dass er komplett overbought war hier oben in dem Bereich durch die Asia Session. Also sehe ich das Ganze hier als Korrektur einfach an. Und man könnte probieren, wieder dieselbe Bewegung Richtung Long zu traden, wie man das Ganze ja auch schon vorhatte, sage ich mal. So, das heißt, wir schauen mal, was jetzt passiert ist. Der Chart, in welche Richtung hat er sich bewegt? Ja, er ist nach oben gegangen und hat sich aber ein bisschen Zeit gelassen. Und dann hat er tatsächlich den TP erreicht. Ihr seht, cleane Preis-Action, ein Grund hier irgendwie in Drawdown zu gehen und so weiter. Das heißt, einmal einen ganz kurzen Scalp hier mitgenommen. Ich habe aber deutlich weniger riskiert als normalerweise. Deswegen war das so ein Trade wie immer, sage ich mal. Haben wir mitgenommen. Ist aber auch überhaupt gar kein Problem. Am All-Time-High sollte man das Ganze nicht übertreiben. Warum sollte man das nicht übertreiben? Wenn wir mal einfach weiter gucken, was passiert. Ja, das Ganze kam hier einfach wieder runter. Doch, theoretisch direkt nächste Möglichkeit. Und das hier unten, guck mal hier, da unten, wo unser Stop-Loss normalerweise gewesen wäre, da hat er sich die Liquidität rausgefarmt. Das heißt, unser Stop-Loss war da eigentlich auch falsch. Eigentlich muss unser Stop-Loss sogar hier irgendwo sein, damit wir diese Bewegung dann auch noch wieder abfedern. Weil die hätte theoretisch passieren können. Also da hätte er uns ausstoppen können. Und hätte dann hier, ihr seht das Ganze, hätte dann hier einfach wieder Richtung Longy laufen können. Und genau das ist halt der Grund, warum man seinen Stop-Loss eigentlich dann erst dorthin packt. Also deutlich weiter unten, damit die Liquidität irgendwo rausgenommen werden könnte. Und das war hier halt so die nächste Bewegung. Das heißt, ab hier hätte man genau dasselbe Prinzip wieder traden können. Von da wieder hoch nach oben. Und wenn wir uns jetzt hier den ganzen Chart mal angucken, wie das Ganze heute verlaufen ist. Man hätte von oben wieder runter traden können. Man hätte von unten wieder hoch traden können. Und so weiter und so weiter. Also gefühlt hier immer die ganze Zeit dieselben Sachen. Jetzt haben wir hier oben den Breakout, den ich gerade im Live auch gecallt habe. Das heißt, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, wir sind von Montag bis Freitag immer mal live. So circa ab 5.14 Uhr 30. Das heißt, da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Also Leute, mein Trade von heute lief im Endeffekt so, dass wir natürlich morgens wieder um 7 Uhr uns das Ganze angucken. Also 7 Uhr Kerze, beziehungsweise die 4 Stunden Kerze. Wir sind noch in der Zeitumstellung. Also ist diese Kerze schon um 6 Uhr. So, das heißt, wir gehen mal nach heute Morgen hier. Früh am Morgen. Zack, da gehen wir mal hin. Und schauen uns das Ganze dort mal an. Das heißt, 4 Stunden Kerze. Das ist jetzt schon die neue. Das heißt, die davor müssen wir uns natürlich angucken. Sieht alles bullisch aus. Wie ist die Nacht verlaufen? Hier alles sehr bullisch. Ist schon sehr kritisch, da jetzt noch weitere Long Trades aufzumachen. Oder was meint ihr? Nach so einer Bewegung erwartet man jetzt eigentlich eine Korrektur nach hier unten. Vor allen Dingen, weil wir hier halt eine Trendlinie haben nach oben. Könnte es, also das wäre so ein super Setup. Wenn wir jetzt mal gucken hier, so den Chart angucken. Dann wäre das richtig gut, wenn das Ganze hier runterfährt. Hier schön einfach Support findet in dem Bereich. Und wie der Long geht. Das wäre natürlich perfekt. Vielleicht erwartet uns das hier beim NFP. Ja, NFP Friday, sag ich mal Freitag. Das könnte gut sein. Ansonsten wäre das auf jeden Fall ein Nonplusultra Setup. Ja, jetzt war ich mir nicht wirklich sicher, ob ich da an Trade eingehen soll. Lass uns mal im kleineren Timeframe gucken und wie das Ganze hier aussah. Also wie gesagt, wir müssen ja um 6 Uhr gucken. 6 Uhr Kerze. Das hier war die 6 Uhr Kerze. So, wenn wir da auf die 1 Stunden Kerze erstmal gucken. So hat sie geschlossen. Das heißt, ja, Bullish. Mit einem neuen All-Time-High quasi geschlossen. Wir traden hier komplett am All-Time-High. Alles hier oben ist ohne Gewehr. Und es ist halt komplett verrückt, dass man hier überhaupt Trades macht. Also ich finde das echt nicht ohne, sag ich euch ganz ehrlich. Weil man weiß halt nicht, wohin es geht. Das ist halt, wir traden ins Blinde sozusagen. So, wenn wir uns jetzt aber mal so den Chart hier angucken. Dann sehen wir hier unten, die 6 Uhr Kerze hat quasi auch ein Wig nach oben geformt. Also von 6 Uhr an. Das heißt, die 4 Stunden Kerze hat eigentlich ein Wig nach oben geformt. Weil das hier war das Wig. Das da war das Wig nach unten. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Wenn wir jetzt hier mal genauer hinschauen, dann sehen wir hier auch Liquidität hier drunter überall. Also hier ist noch alles voll. Dieser ganze Bereich hier komplett. Alles voll mit Liquidity hier. Also was macht man? Man wartet. Wir warten also. Was können wir aber jetzt allgemein aus dem Chart sehen? Wir können erkennen, dass wir hier ein neues Hoch gebildet haben. Also ein Break of Structure hatten wir ja hier in dem Bereich. Das sieht man ja klar und deutlich. So, das heißt, wir könnten sagen, okay, wir haben verschiedene Order Blöcke, die jetzt angetestet werden können. Entweder der hier unten. So in diesem Bereich. Da hätten wir also einen Order Block. Den könnten wir also nutzen, wenn wir das Ganze traden wollen. Ja, wirklich warten auf den Retest. Das wäre so ein typisches Smart Money Concept Trading Modell, sage ich mal. Wir hätten dann hier auch unsere Imbalance da in dem Bereich. Und darauf müssten wir quasi warten, dass das Ganze wieder darunter kommt. Dann gibt es aber natürlich auch noch den Breaker Block und das wäre dann diese Variante hier oben gewesen. Ja, weil ihr seht, das Ganze wurde hier mehrfach angetestet. Hier, da, da in dem Bereich, da in dem Bereich. So, das heißt, die Chance, dass das Ding hier nochmal reinkommt und von da aus direkt wieder long geht, die ist natürlich gegeben. Aber irgendwie, man war sich da nicht so sicher. So, jetzt können wir uns das trotzdem mal anschauen. Ich habe den Trade hier vorne, habe ich jetzt nicht genommen. Da, aber das Ganze hat hier perfekt einen Retest hier reingemacht. Also, man hätte das super hier traden können, ab hier dann einfach long. Manche aus der VIP haben das tatsächlich auch mitgenommen, haben das getradet. Ich war mir da echt unsicher. Wir sind am All-Time-High. Ich dachte, nee, komm, du wartest jetzt einfach. Chill einfach. Bleib auf den Händen sitzen und warte einfach mal kurz. Das heißt, dann gewartet, gewartet, gewartet. Der Chart ging immer höher, ging immer höher. Und dann kam endlich die lang ersehte Korrektur, sage ich mal, nach hier unten. Und hat jetzt aber nicht die Liquidität hier unten rausgeholt, hat aber die Liquidität hier rausgeholt, in dem Bereich. Das heißt, das hier ist schon mal wirklich, ja, richtig, richtig gut. Und ab jetzt würde ich sogar sagen, okay, vielleicht ein zweites Mal könnte man das Ganze noch antesten. Aber hier unten, das wäre halt die zweite Variante, die wäre sogar noch besser. Also, was habe ich gemacht? Der aggressiven Einstieg diesmal gewählt. Tatsächlich, ja, das mache ich selten. Aber ich bin da reingegangen. Das Risiko war sehr hoch, aber das Ganze ist so weit nach unten gekommen. Und wenn wir hier einmal kurz uns gleich einen Indikator nochmal angucken, dann werden wir sehen, dass das Ganze hier auch ordentlich oversold ist. Das Ding ist aber, dass das Stop-Loss muss halt hier drunter, da in dem Bereich, weil ich will ja nicht, dass er mich da jetzt rausholt, wenn er den Orderblock da unten antestet. Also musste das Stop-Loss heute leider ein bisschen tiefer. Und dann wäre der 1 zu 1 Trade hier in diesem Bereich gewesen. Und wenn wir uns den Indikator dazu anschauen, dann sehen wir hier im 5-Minuten-Chart, ist das Ding komplett oversold. Im 15-Minuten-Chart konnte man das auch anschauen. Der 15-Minuten-Chart sah auch schon hier sehr, sehr gut aus. Das heißt, ja, Potenzial war auf jeden Fall da. Ich bin da in den Trade reingegangen, war eine aggressive Variante. Und ich habe es auch direkt bereut, warum ich da so aggressiv reingehe. Ja, was hat der Chart gemacht? Ja, er ist erst hochgegangen, dachte ich, geil, doch, Glück gehabt. Nee, nee, nichts mit Glück gehabt. Der ist nochmal komplett nach unten gekommen und hat dann sich hier die ganze Zeit seitwärts bewegt. Und hat dann hier oben, da habe ich zu den Leuten auch gesagt, jetzt gehen wir raus. Da bin ich dann manuell rausgegangen, da oben, weil es hat mir einfach alles zu lange gedauert. Und ihr seht auch, der Indikator ist hier wieder komplett overboard gewesen. Und die Preis-Action und alles war echt Mist. Also das passiert manchmal auch. Und da oben habe ich den Trade komplett geschlossen. Warum habe ich ihn da geschlossen? Ich war mir einfach unsicher. Das ganze Ding war eh schon im 4-Stunden-Chart sehr, sehr weit oben. Das eigentlich war eine Korrektur vorprogrammiert. Und vor allem war hier die Liquidität immer noch nicht draußen. Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen, was ist danach passiert? Der Chart kam hier runter. Und was hat er gemacht? Zack, hat sich hier die Liquidität rausgeholt. Im Endeffekt war das der Moment, wo man hätte darauf warten müssen. Da muss man halt dann bis nachmittags warten. Natürlich waren da auch News, aber ihr seht auch, sowas ist komplett eingepreist einfach. Also das ist wirklich so komplett Standard. Und danach ging das Ganze nach oben. Und ihr seht jetzt gerade hier, hat das Ganze wieder extrem korrigiert nach unten. Das Ganze ist halt völlig normal. Also das Ganze ist hier komplett im Overboard-Zustand momentan. Und ja, normalerweise müsste es halt hier unten wieder hinkommen. Das heißt, Long-Position würde ich sehr gerne hier unten bei 7,57 dann wieder aufbauen. Das heißt, bis dahin kann er von mir aus jetzt gerne nach unten fallen. Das wäre super. Und ja, das war quasi mein Trade heute. Also wirklich mal heute ein bisschen andere. Ja, es war wieder ein 1-zu-1-Trade. Aber heute waren wir halt auch mal ein bisschen im Drawdown. Das heißt, ihr seht, nicht jeder Tag kann wirklich perfekt sein. Auch wenn das Setup sehr, sehr gut aussah, nicht jeder Tag ist perfekt. So ist es halt manchmal. So ist es halt manchmal. Leute können natürlich auch hier aggressive Entries nehmen. In der VIP nehmen die Leute manchmal auch, oh ja, ich mache meinen Stop-Loss hier hin und so weiter. Da kann man natürlich dann auch viel bessere Risk-Rewards erzielen. Aber mir reicht halt der 1-zu-1. Wir schauen uns jetzt mal kurz den Trade an, den ich heute Morgen gemacht habe. Also wie habe ich das Ganze getradet? Wie habe ich das analysiert und was haben wir in der VIP dann auch getradet? Generell war heute der Chart ein bisschen tricky. Jetzt sehen wir schon, wie hat sich der Chart aufgebaut. Ja, hat hier sehr viel Liquidität überall hier in dem ganzen Bereich. Also so viele Wicks und so. Die Leute haben hier überall Stop-Loss-Orders und der Markt hat sich quasi nach oben gekämpft hier. Hat sich nach oben gekämpft nach diesem enormen Abverkauf. So, jetzt wollen wir natürlich trotzdem mit dem großen Trend mittraden und wir wollen long traden. Dann macht es jetzt Sinn, hier in der Mitte großartig einen Trade aufzumachen. Ist halt sehr risikobehaftet. Deswegen muss man da wirklich aufpassen, was passiert. Wir brauchen das Wick nach unten. Und was hat Gold uns heute gegeben? Kein Wick nach unten großartig im 4-Stunden-Chart. Sondern er hat uns das Wick nach oben gegeben. Jetzt sind wir hier oben im 4-Stunden-Bereich. Und jetzt hätte man sagen können, ja gut, dann von dort aus shortet man das Ganze jetzt. 5-Minuten-Chart sieht übrigens so aus, auch nicht wirklich besser. Jetzt hätte man sagen können, ja, lass das Ding doch shorten. Aber die Chance, dass er hier auch einfach weiter nach oben hindurch bricht, so wie er es hier unten getan hat in dem Bereich, die ist natürlich auch gegeben. Deswegen wollen wir das Ding natürlich nicht shorten. Vor allem, wenn dann der Chart hier richtig bullisches Momentum zeigt. Aber in dem Fall wäre das halt eine gute Idee gewesen. Aber jetzt probiert man natürlich zu gucken, okay, wo kann man hier das ganze Ding longtraden. Hier wäre so die erste Möglichkeit gewesen. Also hier so in diesem ganzen Bereich hier. Wir machen das Ganze mal kurz als vernünftigen Orderblock hier. Kauf. So, in dem Bereich hätte man das Ganze kaufen können. Hätte man sagen können, okay, lass uns in den Trade reingehen. Aber wir haben immer noch keine richtige bullische Kerze. Das hier oben wäre höchstens ein Wick, wo man sagen könnte, da drüber gehen wir in den Trade rein. So, der Chart ist aber nie da oben hingekommen. Sondern seitwärts und dann sogar hier nach unten. So, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, hätte man den sogar als Breaker Block hier traden können. Break, Retest und weiter Short. So hätte man das Ganze hier traden können. Jetzt läuft das Ganze hier aber noch weiter nach unten, weiter nach unten. Hier unten in diesem Bereich. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich von hier ganz oben vom einen 4-Stunden-Bereich in den nächsten gelaufen. Und ab jetzt gibt es natürlich dann super Möglichkeiten hier für eine Long-Position irgendwie aufzubauen. So, das Nächste, was wir jetzt hier in dem Bereich brauchen, wir brauchen einen Break Richtung Long. Das heißt, hier sieht man das Ganze, dass hier auch die Trendlinie jetzt durchbrochen wurde. Also in diesem Bereich hier. Da sieht man das sehr, sehr gut. Hier in dem Bereich haben wir jetzt also unsere Trendlinie. Das heißt, ab da hätte man jetzt einen Long-Trade hier aufbauen können. Und worauf wartet man jetzt? Jetzt wartet man entweder darauf, dass der Chart dir anzeigt, er will jetzt dauerhaft hier Long gehen. Ich habe eine Einstiegsmethode genutzt, die ich auch sehr, sehr gerne nutze. Und zwar bin ich hier nicht im 5-Minuten-Chart gewesen, um den Einstieg zu suchen. Weil da, so wie ihr das kennt aus meinen anderen Videos, wo ich das Ganze dann hier irgendwie so versuche zu traden. Und dann geht das Ganze hier weiter hoch. So generell, so wäre ja normalerweise der Plan gewesen. Sowas in diese Richtung war in diesem Bereich jetzt aber hier nicht möglich. Der Chart ist direkt durch die Trendlinie durchgebrochen. Jetzt kann man ja sagen, Trendlinie durchgebrochen, dann gehe ich da direkt in den Trade rein. Ja, aber man hat ja nicht großartig andere Bestätigungen. Das heißt, was kann man jetzt noch machen? Man kann jetzt mal kurz in den größeren Timeframes gehen hier. Das heißt, 15-Minuten-Chart sah schon sehr bullisch aus hier in diesem Bereich. Aber wenn wir jetzt mal in den 30-Minuten-Chart gehen, da war quasi jetzt mein Einstieg. Das heißt, ich nehme die Trendlinie nochmal raus. Und wenn wir jetzt hier mal genau hinschauen, dann seht ihr diese Kerze hier. Diese Kerze zeigt uns an, okay, langes Wig nach unten hier, zack. Ich habe das Ganze so auch euch hier noch gar nicht gezeigt gehabt, dass ich die Einstiegsmöglichkeiten auch habe, weil sich ja mittlerweile sowas eher selten ergibt. Aber langes Wig nach unten ist eine gute Chance, in den Trade reinzugehen. Und man geht hier in den Trade über diesen Wig dann oben rein. Das heißt, darüber habe ich hier meinen Einstieg gesucht. Das heißt, hier drüber bin ich long gegangen, über diese Kerze und habe meinen Stop-Loss unter die Kerze gepackt. In der Voraussetzung, dass das Ganze weiter long geht. Wichtig war aber, dass diese 30-Minuten-Kerze, die nächste, die jetzt hier auch long ging dann zum Glück, dass die natürlich zuerst dieses Wig nach unten bildet, weil es bringt mir nichts, wenn sie nach oben geht und dann wieder umdreht und doch noch tiefer geht. Deswegen brauche ich als Bestätigung einfach dieses Wig nach unten. Und es kam zuerst das Wig nach unten, auch ohne, dass nach oben hin großartig schon Bewegung da war. Das heißt, es ist wirklich erst short gestartet. Das kann ich jetzt hier schlecht zeigen, aber ist dann nach long geflippt und so konnte ich dann hier den Trade eröffnen. Das heißt, ich bin in der 30-Minuten-Kerze hier oben drüber gegangen, Stop-Loss unten drunter und dann habe ich das Ganze getradet, hier 1 zu 1 und habe den Trade rausgenommen. Das heißt, ganz easy Trade von da unten nach oben. Natürlich, es gibt auch noch andere Einstiegsmöglichkeiten, aber ich zeige euch mal, warum ich das Ganze auch so dann mal trade, weil danach kamen wir nochmal komplett nach unten. Hier unten wäre theoretisch jetzt genau dieselbe Einstiegsmöglichkeit nochmal gewesen, aber im kleineren Timeframe, also 15 Minuten chart, diesmal hier, Liquidity Grab hier drunter in dem Bereich. Also das hätte man heute auch nochmal machen können. Und selbes Prinzip hier auch nochmal. Da der Einstieg, Stop-Loss hier unten drunter und dann hätte man das Ganze versuchen können, ja 1 zu 1 auf jeden Fall. Ich suche ja immer erst den 1 zu 1 und dann kann man sich überlegen, ob man den Trade noch weiter halten möchte. Das heißt, wir schauen mal, wo der Ganze dann hinlief. Zack und da stehen wir jetzt. Also man hätte, das war jetzt quasi kurz vor den News jetzt. Das heißt, so hätte man den Trade jetzt auch noch mitnehmen können. Das heißt, zwei Möglichkeiten hatten wir heute. Jetzt gleich haben wir erstmal NFP-News, aber das wollte ich euch einmal kurz zeigen, wie ich meinen Trade mitgenommen habe. Das war einmal kurz rein, raus, ganz simpel. Ein bisschen anderes Setup heute, aber man muss sich halt an den Markt anpassen, weil der Markt ist halt dynamisch, der ist nicht statisch. Man kann jetzt nicht jeden Tag 1 zu 1 immer nur einen Einstieg nehmen. Ich sage das zwar immer, aber ich habe mehrere Einstiegsvarianten, die ich dann überprüfe, welche nehme ich da von heute. Also ich habe natürlich auch nicht nur eine, aber generell von der Strategie, wie die sich aufbaut, es ist immer dieselbe. Es ist immer die 4-Stunden-Kerze, es ist immer dasselbe. Und falls du jetzt anfangen möchtest mit dem Trading, dann empfehle ich dir hier Vantage. Vantage gibt es jetzt schon seit 15 Jahren. Ich bin da jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren. Bin super zufrieden. Geringe Spreads, geringe Gebühren. Wir können auch hier einmal kurz schauen. Ihr habt hier die Chance, 50% Bonus auf eure Ersteinzahlung zu bekommen. Ich kann das Ganze leider nicht mehr nutzen, aber ihr könnt es noch nutzen. Das heißt, nutzt die Chance auf jeden Fall. Ihr könnt zum Beispiel 500 Dollar einzahlen, kriegt ihr nochmal 250 oben drauf. Das lohnt sich auf jeden Fall. Natürlich haben wir hier auch eine große Auswahl. Forex-Indizes, ihr könnt hier jegliche Sachen traden. Ich trade dann natürlich Gold. Gold hat sehr geringen Spreads, sehr geringe Gebühren. Ich kann keinen anderen Broker, wo das Ganze auch so top ist. Deswegen empfehle ich das Ganze euch ja auch weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt direkt starten wollt, egal ob mit einem Live-Account oder Demo-Account, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Den Bonus könnt ihr euch auf jeden Fall dort dann sichern. Und falls ihr jetzt Gold-Trading lernen wollt, ihr wollt mehr über Gold-Trading erfahren, ihr wollt eine kleine Community haben, dann kommt gerne zu uns hier in die VIP-Trading-Members. Dort sind wir jetzt mittlerweile über 60 Leute. Das heißt, kommt gerne dazu. Wir werden immer mehr. Das freut mich natürlich sehr. Danke euch dafür. Ansonsten könnt ihr natürlich auch sehr gerne hier den Kurs euch anschauen, Smart Money Masterclass. Dort wird euch in 30 Videos perfekt erklärt, wie man Smart Money Concept tradet. Nein, es sind keine Videos, die bei YouTube hier sind. Das sind extra aufgenommene Videos, perfekt ausgelegt, um hier Smart Money Concept erfolgreich zu traden. Ansonsten war es das heute mit dem Video. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.